Wir beschäftigen uns weiterhin mit kontextfreien Sprachen und haben immer noch nicht herausgefunden, wie man für so eine Sprache eigentlich herausfinden kann, ob ein gegebenes Wort nun in der Sprache liegt oder nicht. Mit anderen Worten, wir möchten das Wortproblem kontextfreier Sprachen endlich lösen. Und das werden wir in diesem Video auch tun mit einem wohlbekannten und berühmt-berüchtigten Algorithmus, der das auf eine sehr elegante und saubere Art bewerkstelligt. Mein Name ist Markus Krutsch. Willkommen zurück zur Videoreihe Formale Sprachen und Automaten. Obwohl Automaten ja bei den kontextfreien Sprachen bisher noch keine Rolle gespielt haben, das kommt aber auch noch keine zurück. Erstmal das Wortproblem. Das Wortproblem kennen Sie bereits von den regulären Sprachen. Da hatte ich es bereits in der Allgemeinheit, die hier nochmal wiederholt wird, eingeführt. Für eine gegebene Sprache L besteht es darin, eine Funktion zu berechnen, deren Eingabe ein beliebiges Wort, eine beliebige Zeichenfolge ist über dem Alphabet und deren Ausgabe entweder Ja oder Nein, True oder False lautet, je nachdem, ob das Wort in der Sprache liegt oder eben nicht. Das heißt, in dieser Form muss das Wortproblem keine Beschreibung der Sprache als Eingabe erhalten. Das Ziel ist es hier sozusagen, ein Programm zu schreiben, eine Funktion zu umzusetzen, zu implementieren, praktisch zu realisieren, die für eine feste Sprache dieses Problem löst. Und für eine andere Sprache kann es eine andere Funktion sein, die muss nicht die Beschreibung der Sprache selbst als Eingabe haben. Wie könnten wir das jetzt für kontextfreie Grammatiken machen? Naja, bisher wissen wir über kontextfreie Sprachen ja nichts, außer dass man sie eben mit kontextfreien Grammatiken darstellen kann. Das heißt, wenn wir jetzt für beliebige kontextfreie Sprachen das Problem lösen möchten, dann wäre es gut, wenn wir es ausgehend von einer bestimmten kontextfreien Grammatik lösen könnten. Wie könnte so ein Algorithmus also aussehen für eine bestimmte Grammatik? Naja, eine Möglichkeit ist es natürlich, dass man das Wortproblem in gewisser Weise mit brachialer Gewalt, Brute Force, löst, indem man einfach systematisch nach Ableitungen sucht in einer Grammatik, die das gegebene Wort erzeugen könnten. Wichtig dabei ist nur, dass man das irgendwie so anstellt, dass man letztlich merkt, wenn es nicht gelungen ist. Also man sollte nicht ewig suchen, es gibt ja unter Umständen unendlich viele verschiedene Ableitungen, sondern man sollte an irgendeiner Stelle mit Sicherheit feststellen, dass das Wort nicht in der Sprache liegt, wenn es eben nicht abgeleitet werden kann. Und das könnte man jetzt auf verschiedene Arten machen, selbst ohne viel zu wissen über die Grammatik, könnte man das schon bewerkstelligen. Ein bisschen einfacher wird es noch mit der Normalform, die wir kennengelernt haben beim letzten Mal. Ja, Sie erinnern sich, die Chomsky-Normalform in meinem letzten Video. Da hatten wir ja schon eine besondere Vereinfachung für die Darstellung von Typ 2 Sprachen auf diese Art kennengelernt. Wir können nämlich diese Grammatik verwenden, die es ja wohl geben muss in Chomsky-Normalform. Und wir haben bereits festgestellt, dass bei so einer speziellen Form von Grammatik sicher ist, dass die Ableitung, die das Wort produziert, wenn es überhaupt eine gibt, eine feste vorgegebene Länge hat. Nämlich die Länge zweimal Wortlänge minus eins. Genau so viele Schritte muss man in dieser Normalform verwenden, um ein Wort der Länge, wie es eben, wie sie W hat, abzuleiten. Und nun gut, wenn ich die Länge fest vorgegeben habe, dann ist das Suchproblem zumindest endlich. Es gibt natürlich nur endlich viele verschiedene Ableitungen, die genau diese Länge haben. Und man könnte die jetzt systematisch alle durchgehen und schauen, was sie ableiten. Wenn das Wort dabei ist, dann ist die Ausgabe ja, ansonsten ist sie nein. Okay, damit hätte man das Wortproblem gelöst, aber glücklich sollte man damit nicht sein. Warum nicht? Naja, weil es sehr, sehr unsystematisch ist natürlich. Zum einen ist die Vorgehensweise in keinster Weise angeleitet dadurch, wie das Wort eigentlich aussah. Also wir generieren einfach alle Ableitungen für diese Länge, ohne zu schauen, wie das Wort eigentlich aussieht. Das heißt, es ist ein ziemlich blindes Suchen und daraus ergibt sich dann natürlich auch, dass die Suche unter Umständen sehr lange dauern kann. Denn für eine bestimmte Länge kann es sehr viele verschiedene Ableitungen geben. Je nachdem, in welcher Reihenfolge ich die Regeln ausführe, kann sein, ich habe in jedem Schritt dieser Ableitung mehrere Möglichkeiten. Und das sieht man dann leicht, dass diese Ableitung, wenn ich alle Kombinationen dieser Möglichkeiten durchgehen will, exponentiell viele sein können, diese Ableitungen. Also der Algorithmus, wenn wir ihn so durchführen, ist exponentiell. Und zwar in jedem Fall, in dem die Antwort Nein lautet, auch garantiert exponentiell in so einer Grammatik. Also man müsste ja alle Ableitungen durchgehen. Geht das nicht auch besser? Und das ist eine Frage, die sich verschiedene Menschen gestellt haben. Und zwar nicht erst vor kurzem, sondern bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, ganz am Anfang der Informatik oder naja, fast ganz am Anfang, aber am Anfang der Untersuchung vieler dieser Themen in der Informatik, gab es eine Reihe von Arbeiten, die mehr oder weniger unabhängig voneinander Ideen entwickelt haben, wie man das lösen könnte. Und das stellt sich im Nachhinein heraus, wenn man diese verschiedenen Ansätze miteinander vergleicht, dass sie eigentlich alle gleich arbeiten, alle die gleiche Grundidee umsetzen. Die Menschen, die das vollbracht haben, sehen Sie hier nochmal gelistet. In der Reihenfolge ihrer Tätigkeit müssen wir beginnen mit Itiru Sakai, der schon 1961 ein Papier dazu geschrieben hat, in dem er das Verfahren im Prinzip so erklärt hat, wie es heute verwendet wird. Allerdings nicht so, wie man es heute aufschreibt und auch schon damals vielleicht nicht so, wie es andere verstanden haben. Zumindest wurde dieses Papier wahrscheinlich nicht besonders weithin wahrgenommen, denn vier Jahre später hat Tadao Kasami ein anderes Papier geschrieben, was ebenfalls diese Frage geklärt hat. Und weitere zwei Jahre später hat ein Herr Younger das noch einmal neu gelöst und zu guter Letzt haben dann ganze neun Jahre nach Sakai auch noch die Herren Kocke und Schwartz, vermute ich mal, das Problem gelöst. Ich möchte mich mal nicht zu sehr herauslehnen bei der Behauptung, wie man diese Namen jeweils ausspricht. Ich habe Kocke gehört, ich habe Kocke gehört, aber wir wissen von Kleini, dass das manchmal etwas ist, was man nur dadurch erfahren kann, dass man den Menschen persönlich fragt oder seine Nachkommen, um das nochmal zu ermitteln. Also in dem Fall übrigens diese Person auch an ganz anderen Stellen in der Informatik noch extrem aktiv hat, viel im Compilerbau Grundlagen gelegt, gilt als Vater der RISC-Architektur. Also wir sehen auch in diesen Fällen vielfach, wenn wir in die Geschichte der Informatik gehen und schauen, wo alles angefangen hat, dass das, was man heute oft macht, diese Trennung zwischen Theorie und Praxis, lange Zeit so nicht klar existiert hat. Also viele Dinge, die wir hier in solchen Grundlagen, eher theoretisch angehauchten Grundlagenkursen lehren, wurden auch im Zusammenhang mit ganz praktischen Untersuchungen entwickelt. Und von Personen, die an anderer Stelle sehr praktische, ingenieursmäßige Beiträge auch geleistet haben in der Informatik. Das schließt sich zum Glück nicht aus. Das ist einer der Vorteile unseres Arbeitsgebietes, dass wir uns mit interessanter Mathematik und trotzdem mit interessanten Systemen beschäftigen können. Und das geht auch heute noch. Dieser Ansatz, von dem ich hier spreche, ist letztlich bekannt als der CYK-Algorithmus. In der Abkürzung ersparen wir uns die Aussprache der beteiligten Personen. Sie sehen, dass die Geschichte an der Stelle nicht ganz fair ist. An den fünf Menschen, die beteiligt waren oder denen man das zurechnen kann, werden nur drei genannt. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber diese Bezeichnung hat sich durchgesetzt. Und wenn wir bei CYK bleiben und nicht mal diese drei Namen nennen, dann sind wir auch gleichermaßen fair zu allen Beteiligten, denke ich. Okay. So also kam das irgendwann zustande. Und die Idee des Algorithmus ist also eine recht natürliche. Schließlich hat man sie viermal unabhängig voneinander neu entdeckt. Und sie basiert letztlich auf der Chomsky-Normalform, die sicherlich unter diesem Namen nicht allen diesen Autoren so geläufig war. Also insofern, auch diese Normalform wurde sicherlich mehrfach entdeckt oder verwendet, um solche Ideen umzusetzen. So ist es ja. Hundert Jahre später merkt man sich meistens nur einen Namen, aber in der Zeit selbst ist es oft viel weniger klar gewesen, wer eigentlich zum ersten Mal auf eine Idee gekommen ist. Die Grundfrage, die alle diese Autoren sich sicherlich gestellt haben, ist, wie man denn nun prüfen könnte, ob ein bestimmtes Wort aus n Buchstaben durch eine Grammatik in Chomsky-Normalform, also wir vereinfachen die schon einmal so, abgeleitet werden kann. Und die Idee, die man dabei verfolgt, ist, dass man das Problem versucht, in beherrschbare, kleinere Probleme aufzuteilen. Das kleinste Problem, was man in dem Zusammenhang lösen kann, ist natürlich der Fall, in dem das Wort nur einen einzigen Buchstaben hat. Wenn das der Fall ist, dann können wir es aus der Sprache nur genau dann ableiten, wenn man das Startsymbol durch diesen Buchstaben ersetzen kann. Da es ja keine Kettenregeln gibt in C, Y, K und auch sonst bei allen anderen Regeln das Wort länger werden müsste, ist das die einzige Möglichkeit, ein Wort der Länge 1 abzuleiten, dass man es direkt durch Anwendung einer solchen Regel ableitet, die ein Terminalsymbol einführt. Das geht bei Wörtern der Länge 1. Und bei längeren Wörtern, wie kann man dort das Problem lösen? Naja, die Idee ist, dass man es auf die kürzeren Fälle zurückführt. Und da hilft uns diese Idee, dass in einer CNF der Ableitungsbaum immer ein Binärbaum ist. Das heißt, an jeder Stelle der Ableitung gibt es zwei Nachfolger, falls es nicht eben dieser Grundfall sein sollte. Und diese zwei Nachfolger sind zuständig für den vorderen bzw. hinteren Teil des Wortes. Die müssen nicht unbedingt gleich lang sein. Also wenn ich das Startsymbol durch zwei Symbole ersetze, kann das erste Symbol vielleicht nur in ein einziges Terminalsymbol umgewandelt werden. Das andere könnte viel länger werden. Also der Benärbaum muss nicht ausbalanciert sein in diesem Sinne. Aber wir wissen zumindest, dass es irgendwie eine Zweiteilung gibt. Und weil die Sprache kontextfrei ist, beeinflussen sich die beiden Teile auch nicht. Im ersten Teil wird ein Präfix des Wortes erzeugt, im zweiten Teil ein Suffix. Okay, das heißt, für Wörter, die länger als 1 sind, muss es eine Regel geben, die das Startsymbol durch zwei Lichtterminale A und B ersetzt. Und es muss eine Zahl geben, i, sodass aus dem a mit einem oder mehreren Schritten das Präfix a1 bis ai abgeleitet werden kann. Und aus dem b mit einem oder mehreren Schritten das Suffix ai plus 1 bis an. Diese beiden Hälften des Wortes. Und damit haben wir also das Problem für lange Wörter auf das Problem für kürzere Wörter zurückgeführt. Und das können wir so weiter und weiter machen, bis wir irgendwann bei Länge 1 ankommen und da wissen wir, wie das Problem gelöst werden kann. Das ist so ein bisschen die Grundidee. Jetzt muss man das noch so organisieren, dass das Ganze nicht zu einer unübersichtlich großen Suche ausartet, so wie wir das in dem brutalen Algorithmus am Anfang gesehen haben, sondern irgendwie systematisch hervorgeht. Gut, das ist also die Idee, die ich Ihnen gerade schon mal erklärt habe. Wir reduzieren ein großes Problem auf zwei kleinere. Wichtig hier noch zu bemerken, das steht noch geschrieben, dass man, dass diese Reduktion nicht von im Vorhinein weiß, an welcher Stelle die Trennung erfolgt. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist nicht unbedingt ausbalanciert. Und das bedeutet, man muss, wenn man nach einer Möglichkeit sucht, das Wort abzuleiten, alle Möglichkeiten betrachten, an denen man dieses Wort aufteilen könnte. Und es reicht nicht, wenn man nur eine Variante anschaut und dann feststellt, das geht nicht, also kann es nicht gehen, sondern man muss schon jedes denkbare I betrachten und für jedes denkbare I die Möglichkeiten durchgehen, um zu sehen, ob nicht eine davon funktioniert. Okay, das wollen wir jetzt konkret machen und dafür den Algorithmus entwickeln. Um das zu tun, brauche ich ein bisschen eine vereinfachte Schreibweise, nämlich für diese Präfixe, die wir hier ständig antreffen und die Suffixe. Also das heißt, für ein Wort, so wie gerade eben, A1 bis AN, schreibe ich WI,J, also mit diesen beiden Subskripten, für das Infix AI bis AJ. Könnte ich ein Präfix damit notieren, wenn I gleich 1 ist oder ein Suffix, wenn J gleich N ist oder einfach irgendwas aus der Mitte. Das heißt, das ist ein beliebiges Infix des Wortes und wir werden über solche beliebigen Infixe im Zusammenhang mit diesem Algorithmus nachdenken. Das Vorgängen des Algorithmus ist jetzt wie folgt. Wir berechnen für jedes Teilwort, also für jedes Infix dieser Form, die Menge aller Variablen, A, aus denen man diesen Teil ableiten könnte. Das heißt, wir lösen das Problem in gewisser Weise nicht nur für das Startsymbol S und auch nicht nur für das gesamte Wort W, sondern wir betrachten alle Teile und finden für jeden Teil alle möglichen Variablen. Und dadurch, dass wir alle möglichen Variablen haben, wird es dann leicht, aus kürzeren Teilen längere zusammenzufügen. Es sollte auch klar sein, dass Sie hier Infixe brauchen und nicht einfach nur Präfixe und Suffixe. Denn wenn Sie das Wort auf oberster Ebene zerteilen in ein Präfix und ein Suffix und dann das Präfix zum Beispiel wieder zerteilen in einen vorderen und einen hinteren Teil, dann ist der hintere Teil des Präfixes ja weder ganz am Anfang noch ganz am Ende, sondern einfach irgendwo in der Mitte des Wortes. Und auch für diesen Teil müssen Sie Möglichkeiten finden, wie man den ableitet. Deshalb werden wir letztlich alle Teile des Wortes irgendwie betrachten. Die Menge aller Variablen, aus denen man ein bestimmtes Infix ableiten kann, nennen wir v von i, j. So, bis jetzt nenne ich die erstmal nur so. Wir werden sie auch berechnen. Aber es ist schon mal gut, sich zu merken, dass das damit gemeint ist. Und diese Berechnung erfolgt jetzt entgegen der Richtung der Zerlegung von unten nach oben. Das heißt, wir beginnen mit den Fällen, in denen man diese Menge direkt bestimmen kann. Das sind die Fälle, in denen wir nur einen einzigen Buchstaben im Infix haben, also in denen i gleich j ist. Da kann man sehr einfach sehen, ob die Grammatik Regeln enthält, mit denen man so einen Buchstaben ableiten kann. Und wenn ja, dann erkennen wir direkt, welche Variablen man da vorher haben müsste. Das heißt, wir beginnen da. Und für längere Wörter müssen wir dann jede mögliche Zerlegung in Teilwörter betrachten. Und wenn wir schon für alle Teilwörter, also hier habe ich das mal mit so einem zusätzlichen Trennungsindex k dargestellt, der also irgendwo in der Mitte zwischen i und j liegen müsste. Wenn wir also für jede solche Teilung in zwei Wörter, zwei kürzere Wörter, schon wissen, aus welchen Variablen sich diese kürzeren Wörter ableiten lassen, dann müssen wir nur noch nach Regeln suchen, die eine Variable a durch zwei Variablen b und c ersetzt, wobei das b eine der Variablen ist, mit denen man den vorderen Teil erhält und c eine der Variablen, mit denen man den hinteren Teil erhält. Und die Idee ist eben dadurch, dass das kürzere Stücken sein werden, dass wir die schon vorberechnet haben und dann nur noch systematisch durch alle Regeln durchgehen müssen, um zu schauen, ob eine eine passende Kombination hat. Okay, am Ende, wenn wir zu immer größeren Wortteilen uns im Pro gearbeitet haben, wird das größte Wort stehen, das Wort W als Ganzes, also W1,n, wenn man das so notiert, und die Frage wird dann sein, ob das Startsymbol eine der Variablen ist, aus denen man das Wort erzeugen kann. Wenn das so ist, dann wissen wir, dass das Wort in der Sprache liegt. Okay, so soll das funktionieren und soweit die Theorie in der Praxis, wird es noch ein bisschen einfacher und anschaulicher. Das Ganze steht und fällt mit einer durchdachten Darstellung. Wenn man das Ganze schön aufschreibt, wird der Algorithmus sehr viel einfacher und sehr viel intuitiver noch. Und das ist natürlich auch eine Leistung, die ein paar Jahre gebraucht hat, das so schön darzustellen, dass es auch leicht verständlich ist und nicht nur diese abstrakte Idee zu formulieren. Letztlich, wenn wir heute sagen, es gibt hier verschiedene Arbeiten, die alle den gleichen Algorithmus entwickelt haben, dann können wir uns natürlich auch denken, dass der Algorithmus in diesen verschiedenen Arbeiten sehr unterschiedlich aufgeschrieben wurde und dass man erst im Nachhinein erkennen kann, dass es ja ein EINET. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben hier ein Wort der Länge 5 aus den Zeichen A plus B mal C bestehend. Und für dieses Wort können wir jetzt die Dreiecksmatrix so aufschreiben. Dabei schreibe ich das Wort mir an den Rand von oben nach unten und ein weiteres Mal von rechts nach links darunter. Und das ist sozusagen meine Koordinatenachsen hier, die mir helfen zu verstehen, was jeweils an die entsprechende Stelle kommt. Die einelementigen Teilwörter werden behandelt in der Diagonale. V1,1, V2,2, V3,3, V4,4 und so weiter. Und dann gehen wir nach innen, indem wir entlang der x-Achse den zweiten Index erhöhen, entlang der y-Achse den ersten. Und das Ganze ist deshalb relativ intuitiv in diesem Schema, weil wir einfach von den Rändern her ablesen können, welches Teilwort jeweils gemeint ist. Wenn wir zum Beispiel V-Teilwort 2,3 betrachten, dann ist es das Teilwort, was bei plus beginnt und was bei B endet. Also das ist dieses zweielementige Teilwort plus B. Und so ist es hier für alle. Naja, also 2,5 reicht von plus bis C und so weiter. So schreibt man das ab. Wenn ich sage, das ist die beste Form, das darzustellen, ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Es gibt auch Lehrbücher, die insbesondere dieses Dreieck anders anordnen. Also Sie könnten sich zum Beispiel auch vorstellen, dass alles hier nach unten fällt und das dann mehr wie eine Treppe aussieht. Die gleichen Einträge, aber die Diagonale ist dann die Grundfläche. Hat vielleicht auch was für sich. Aber ich finde das so schön, weil man eben die Wörter am Rand schreiben kann und dann gleich die Bedeutung ablesen kann. Was man auch gut benutzen kann, um das Ergebnis oder die Zwischenergebnisse nochmal zu überprüfen und zu sehen, wenn man sich vielleicht verrechnet hat, wenn man merkt, irgendwie bin ich hier skeptisch, ob das wirklich funktioniert, dann kann man auch unter Umständen einen einzelnen Eintrag hier herausnehmen, schauen, welches Wort betrifft das und die Grammatik scharf anschauen, um zu sehen, ob das wirklich stimmt, ob man wirklich dieses Teilwort aus den Variablen, die hier drin stehen, ableiten kann. Okay, also wie gesagt, das wären alles Mengen von Variablen und wir werden die in so eine dreieckige Tabelle eintragen. Okay, das wollen wir jetzt mal machen. Die Grammatik, die ich hier verwende für das Wort, was Sie gerade gesehen haben, ist hier oben angezeigt. Also ich habe hier verschiedene Regeln, die schon in Chomsky-Normalform sind, der Einfachheit halber. Also wir brauchen Chomsky-Normalform für diesen Algorithmus und die auch gleichzeitig etwas intuitiv sein sollten. Ja, P für Plus, T für Times, weil M schon für Multiplikation steht, ja, und so weiter. Also das sind meine Symbole hier. Und ich möchte jetzt prüfen, ob dieses Wort in dieser Sprache erzeugt werden kann. Und dafür gehe ich jetzt systematisch vor. Und wie das funktioniert, ist hier dargestellt. Ich betrachte zuerst die Felder der Diagonale und laufe durch die durch. Das ist meine Initialisierung. Das mache ich als erstes in diesem Algorithmus. Einmal durch die Diagonale gehen. Die Diagonalfelder stehen jeweils für ein einziges Zeichen. Und ich trage dort alle Variablen ein, aus denen dieses Zeichen abgeleitet werden kann. Woraus kann man A ableiten? Naja, aus S und sonst aus nichts. Und so weiter. Plus kann aus P abgeleitet werden. B aus S. Stern aus T. C aus S. Es kann Ihnen natürlich passieren, dass schon an dieser Stelle mehr als eine Variable auftritt. Es könnte ja sein, es gibt mehrere Regeln, aus denen man Plus ableiten kann, zum Beispiel. Dann stehen hier eben zwei Variablen. Getrennt mit Komma oder wie auch immer Sie das handhaben möchten. Was auch passieren kann, ist natürlich, dass in einem der Felder überhaupt keine Variable steht. Das heißt, dass das Zeichen überhaupt nicht in der Grammatik abgeleitet werden kann. In dem Fall können Sie sich die Arbeit mit dem Algorithmus sparen, denn wenn eines der Terminalsymbole überhaupt nicht ableitbar ist, dann wird das Wort sicherlich nicht in der Sprache liegen. Dann haben Sie das schnell entschieden. Das wird also in der Regel nicht passieren bei den interessanten Beispielen. Okay, das ist die Initialisierung. Damit beginnen wir. Und jetzt gehen wir weiter. Diagonale für Diagonale vor. Und schauen jeweils auf die Regeln, in denen nicht mehr die Terminalsymbole, sondern die Variablen ersetzt werden durch neue Variablen. Also das wird jetzt im restlichen Algorithmus die Hauptart von Regeln sein, um die es noch geht. Wir betrachten wieder ein Feld zuerst. Dieses Feld steht für das Wort, was bei A beginnt und bei Plus endet. A Plus. Wir wollen jetzt herausfinden, mit welchen Variablen man das ableiten könnte. Dafür schauen wir uns an, aus welchen Variablen man A und Plus, die beiden Teile des Wortes, hätte ableiten können. S und P. Das heißt, eine Variable, die hier steht, muss durch irgendeine Regel durch die Folge SP ersetzt werden. Schauen wir hier oben nach, sehen wir, das gibt es nicht. Also bleibt dieses Feld leer. Es gibt keine Variable, die durch SP ersetzt wird. Nächster Schritt. Das Wort, was bei Plus beginnt und bei B endet, kann man erzeugen, wenn man die Folge PS generiert. Gibt es etwas, was PS generiert? Das gibt es. Aus A kann PS werden. Das ist die einzige Lösung. Und das heißt, ich darf hier ein A eintragen. Nächste, nächstes Feld. Hier benötige ich ST, auch ST kommt hier nicht vor, wird also leer bleiben. Und das letzte Feld, TS, da sehen wir, kann ich M eintragen. Okay. So, damit haben wir diese Diagonale abgeschlossen. Auch wenn es da leere Felder gibt, darf uns das nicht stören. Also, ich hatte gesagt, in der Grunddiagonale sollten keine leeren Felder sein, aber auf anderen Ebenen ist das durchaus zulässig, da das bedeutet nicht, dass wir gleich aufgeben müssen. Jetzt sind wir auf der nächsten Diagonale, die noch aus drei Feldern besteht. Jetzt wird es interessanter, denn die Wörter, die wir betrachten, sind jetzt länger als zwei Zeichen, das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, sie aus Präfix und Suffix zu gewinnen. Das Wort, was wir jetzt hier betrachten, beginnt bei A und endet bei B, also es ist A plus B. Das Wort könnten wir zerlegen in A und plus B oder in A plus und in B. Und diese beiden Zerlegungen passen zu zwei unterschiedlichen Kombinationen von Feldern, die ich hier betrachten kann. Die erste Zerlegung, das ich in A und in plus B zerlege, erhalte ich, wenn ich diese beiden Felder zusammennehme. Das plus B wird erzeugt durch dieses Feld, das A erzeugt durch dieses. Und ich brauche also, um das zu erhalten, S gefolgt von A. Und dafür gibt es tatsächlich eine Regel, die heißt S und A, das heißt, das S kann ich hier schon mal als Variable vormerken. Das ist also eine Variable, mit der man das ableiten kann. Es gibt aber noch eine zweite Zerlegung, die ich auch betrachten muss. Und zwar ist das die, dass ich A plus ableite aus im Präfix und B im Suffix. Aber wir sehen, wenn wir das machen, dass A plus nicht ableitbar ist. Es gibt keine Variable, die zu A plus wird. Das heißt, wir müssen hier auch nicht nach einer Regel suchen. Sowas kann es nicht geben. Das heißt, für diese Kombination können wir keine Variable finden, die hier was beiträgt. Und damit haben wir beide Kombinationen gemacht. Und sie werden gleich, wenn ich das weiter hinten zeige, noch besser sehen, wie die grünen Felder hier wandern, welche Kombinationen wir eintragen. Es ist ganz einfach. Nächstes Feld in der Diagonale, in der ich gerade bin. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. P und nichts. Das heißt, das kann schon mal nicht auftreten, denn das Suffix, weil ich hier hätte, ließe sich gar nicht ableiten. Andere Zerlegung, A, T. Könnte gehen, kommt aber nicht vor. So, bleibt also leer. Drittes und letztes Feld dieser Diagonale, SM, ist wieder mit S gegeben. Leer und S ist unmöglich, kann ich also nichts ableiten. Jetzt kommt die vorletzte Diagonale, wo noch zwei Felder drin sind. So, die Teilwörter, die ich jetzt betrachte, haben schon vier Buchstaben. Beginnen hier bei A bis Stern ist also der erste Teil des Wortes. Das heißt, es gibt jetzt noch mehr Zerlegungen. Man kann an drei verschiedenen Stellen trennen. Erste Trennung in S und den Rest plus B Stern ist nicht möglich, weil plus B Stern nicht ableitbar ist. Zweite Trennung in A plus und B Stern ist erst recht nicht möglich, weil beide Seiten nicht ableitbar sind. Dritte Teilung in A plus B und Stern könnte mit S, T ableitbar sein, aber dafür gibt es keine Regel. Bleibt also leer. Nächstes Feld. Auch hier wieder drei Möglichkeiten. P, S könnte ein Weg sein, wie man diesen Teil ableitet. Also der Teil, um den es jetzt geht, beginnt bei plus und endet bei C, also plus B Stern C. Und PS gibt es tatsächlich, das ist A. Also aus dem Zeichen A könnte man ein solches Teilwort ableiten. AM ist die nächste Kombination. Dafür gibt es keine Variable. Und leeres Feld und S, das ist natürlich auch nicht möglich. Das heißt, das bleibt leer. Und Sie sehen jetzt schon, wie diese Zeichen hier wandern. Also wir beginnen hier ganz außen und hier ganz oben und wandern dann schrittweise in der Horizontalen näher und in der Vertikalen weiter weg, sodass der Abstand immer gleich bleibt. Und das machen wir jetzt noch in der letzten innersten einelementigen Diagonale. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber nur noch ein Feld. Erste Möglichkeit aus S und A könnte so etwas entstehen. Dafür gibt es tatsächlich eine Regel. Das heißt, hier kann ich S eintragen. Damit könnte ich jetzt schon fast stoppen, aber ich will den Algorithmus noch zu Ende bringen. Es könnte ja sein, es gibt noch mehr Eintragungen an der Stelle. Leeres Feld S kann nicht passieren. S und M ist auch möglich. S und M ist eine zweite Möglichkeit, wie man hier dieses Wort erzeugen könnte. Aber die ist ebenfalls aus S abgeleitet. Das heißt, hier kommt noch mal aus einem anderen Grund die Startvariable S ins Spiel. Habe ich schon eingetragen, brauche ich nicht noch mal eintragen. Bleibt dabei. Und dann das leere Feld. Damit kann nichts mehr geschehen. Okay. Und das heißt, was wir jetzt gesehen haben, ist ganz interessant. Wir haben aus zwei verschiedenen Gründen S hier an der Stelle erhalten. Und das bedeutet tatsächlich auch in der Praxis, es gäbe hier zwei verschiedene Ableitungspläume. Darauf komme ich noch mal zurück. Und kann man auch hier an der Grammatik ganz gut sehen. Okay. Und damit haben wir jetzt das Wortproblem gelöst für diesen konkreten Fall. Denn weil das Startsymbol in diesem letzten Feld auftritt, wissen wir, dass das gesamte Wort erzeugbar ist aus dieser Variable her. Und das bedeutet, das Wort liegt in der Sprache. Das ist ganz wichtig, diesen Schluss irgendwann zu ziehen. Also insbesondere, wenn Sie mal in eine Prüfungssituation gelangen sollten und man bittet Sie darum, das Wortproblem zu lösen, dann erinnern Sie sich sicherlich sofort an diesen Algorithmus und schreiben voller Eifer dieses Diagonalschema auf und vergessen dann in einem Drittel der Fälle vielleicht, dass Sie ja eigentlich ein bestimmtes Problem lösen sollten. Sie sollten nämlich bestimmen, ob das Wort in der Sprache liegt oder nicht. Das ist Ihnen natürlich klar, weil Sie gut gelernt haben, dass wenn das S hier steht, das bedeutet, dass das Wort in der Sprache liegt. Aber wer die Prüfung korrigiert, weiß ja nicht, dass Sie das so gut gelernt haben. Deshalb sollten Sie es noch mal hinschreiben, dass das tatsächlich der Schluss ist aus diesem Ergebnis. Also es reicht nicht, wenn wir hier den Algorithmus durchackern und die Datenstruktur ausfüllen, sondern wir wollen auch eine Antwort haben. Die Funktion muss Ja oder Nein liefern und das sollte auch dieses Ergebnis irgendwo stehen. Okay. Und hier ist das Ergebnis also Ja. Okay. Gut. Hier habe ich es noch mal für Sie als Algorithmus aufgeschrieben. Was wir gerade besprochen haben, ist vielleicht weniger intuitiv, aber ein bisschen noch präziser oder formaler zumindest. Auf jeden Fall sollten wir als InformatikerInnen die Darstellung im Algorithmus auch uns anschauen und nicht nur mit Bildern und grafischen Schemata hantieren. Eingabe, ein Wort und in dem Fall auch eine Grammatik. Also das heißt, wir lösen hier sogar mit einem Algorithmus das Wortproblem für jede kontextfreie Sprache. Ja, zumindest jede, die so gegeben ist. Ja, also das heißt, wir haben einen universellen Algorithmus gefunden für dieses Wortproblem, was ja irgendwie auch interessant ist. Das ist mehr, als wir gefordert hatten. Ja, ich wollte ja nur, dass es einen Algorithmus für jede Sprache gibt, für jede kontextfreie Sprache. Jetzt habe ich sogar einen, der für alle funktioniert. Die Ausgabe soll sein, wie wir es erwarten würden für das Wortproblem. Und jetzt gibt es hier verschiedene Schleifen. Ich benutze hier mal so eine Python-artige Pseudosyntax. Zunächst einmal initialisieren wir die einelementigen Wörter. Dafür gehen wir einfach durch jeden Index, durch alle Indizes durch und schreiben in die entsprechenden Felder, speichern an den entsprechenden Speicherstellen die Mengen der Variablen, aus denen man das entsprechende Symbol ableiten kann. Und dann gehen wir systematisch durch die inneren Diagonalen. Eine Diagonale wird immer bestimmt durch die Länge des Infixes, was wir da betrachten. Das kann man auch als die Differenz zwischen End- und Startindex sehen. Das heißt, ich gehe hier von d gleich 1 bis n minus 1. Das wären die immer länger werdenden Teilstücke des Wortes. Dann wähle ich mir einen Startindex. Der muss zwischen 1 und n minus d liegen. Weiter kann ich nicht gehen, denn sonst ist das Wort zu kurz, um noch ein so langes Stück reinzubringen. Deshalb wird es immer kürzer, die Diagonale. j, den Endindex, kann ich berechnen, weil ich weiß, wie lang das Wort ist und wo es beginnt. Und jetzt initialisiere ich die Menge an Variablen dort mit der leeren Menge. Ich habe bisher noch nichts gefunden und gehe systematisch durch alle Kombinationen von Trennindizes, die man an dieser Stelle zulassen kann. Also von i, das würde heißen, man hat das Präfix vii, also das einelementige Präfix am Anfang, bis j minus 1, gehe ich durch diese Trennindizes und für jeden möglichen Trennindex erweitere ich meine Menge vii, indem ich die schon bestehende nehme und etwas hinzufüge, nämlich die Menge aller Variablen, für die es eine Regel der Form a geht nach bc in meinen Produktionsregeln gibt, so dass b in der entsprechenden vorberechneten Variablenmenge von i bis k liegt und c in der vorberechneten Menge von k plus 1 bis j. Okay, und am Ende gebe ich auch was aus. Und zwar ja oder nein, was ich hier mal mit so einem Inline, das ist nicht Python, ich weiß, mit so einer Inline-Conditional-Darstelle, ja, also die Folie war zu Ihnen, um das drauf zu bringen. Sie wissen, was ich meine. Okay, das also ist der CYK-Algorithmus in seiner ganzen Schönheit. So, gut. Wir können uns den Algorithmus nochmal, das habe ich Ihnen auch nochmal dargestellt, etwas, mal sehen, ob das passt, ja, intuitiver vielleicht mit dem Schema zusammenbringen, ja, also diese Initialisierung, das ist die Schleife über die erste Diagonale, wie ich mich hier so darstelle, wo wir also hier anfangen und bis dahin durchlaufen. Die äußere Schleife hier ist das, was uns durch die Diagonalen führt. Die nächste Schleife führt uns innerhalb einer Diagonale entlang und die letzte Schleife bringt uns dann innerhalb für das gewählte Feld systematisch durch die möglichen Kombinationen an Teilwörtern. Und so funktioniert das. Also, da sehen Sie, es ist eine sehr schöne und handliche Darstellung und eigentlich ein Algorithmus, der, wenn man ihn einmal gemacht hat, zwei-, dreimal durchgeführt hat in einer Übung, den man eigentlich sein Leben lang nicht vergisst. Oder, ja, also es ist wirklich etwas, was ganz gut von der Hand geht, soweit ich das beurteilen kann, auch von den Prüfungen, die ich korrigiere. Okay, und ja, wie gesagt, auch relativ elegant. Die Frage, die wir uns natürlich noch stellen sollten, ist, ist der Algorithmus wirklich besser als unser Brute-Force-Ansatz, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe? Und das sollte hoffentlich so sein, sonst war der Aufwand wirklich vielleicht nicht sehr nützlich. Und es stellt sich heraus, dass das tatsächlich so ist. Denn wenn Sie jetzt genau hingeschaut haben bei dem Algorithmus, sehen Sie, dass es da drei geschachtelte Schleifen gibt, die alle über linear viele mögliche Fälle laufen. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, aber im Prinzip ist das linear in der Länge des Wortes, was hier in jeder Schleife passiert. und die sind geschachtelt. Das heißt, linear mal linear mal linear oft wird hier durch das Wort gegangen. Die Operationen, die ich dann an jeder Stelle durchführe, beinhalten vor allem, dass ich schaue, ob es in der Grammatik bestimmte Produktionsregeln gibt und ob die Teilmengen, die ich schon berechnet habe, bestimmte Dinge enthalten. Das ist jeweils polynomiell bezüglich der Größe der Grammatik. Bei der Suche nach Produktionsregeln ist das klar. Wenn ich sie halbwegs vernünftig kodiere, die Grammatik, dann kann ich in polynomialer Zeit sehen, ob eine bestimmte Produktionsregel darin vorkommt oder nicht. Und auch bei den Teilmengen v ist das klar, weil in jeder solcher Teilmenge können ja höchstens so viele Variablen stecken, wie in der Grammatik überhaupt vorkommen. Das heißt, auch da ist die Grammatik der beschränkende Teil. Und wenn ich keine völlig wahnwitzige Kodierung für Mengen verwende, wird jede Datenstruktur mir dann eine polynomielle Laufzeit liefern. Wenn die Grammatik vorher fest bekannt ist, kann ich diese Zeiten sogar als konstant annehmen. Denn mit einer festen Grammatik haben Sie eine feste Laufzeit für die Suche nach einer bestimmten Regel und für das Durchgehen einer bestimmten Menge dieser Maximalgröße. Also es gibt da eine Obergrenze, wie lange das dauern kann. Und das können Sie einfach als konstante Zeit annehmen. Und das bedeutet, das Wortproblem selbst, bei dem wir ja gesagt haben, die Grammatik ist gar nicht Teil der Eingabe, sondern es ist nur das Wort, von dem, der das abhängt, dieses Wortproblem lässt sich in kubischer Zeit lösen. Weil wir im Prinzip nur durch diese dreifache Schleife laufen müssen, während das, was wir in der Schleife tun, konstant sich verhält, wenn wir für eine feste Grammatik das machen. Und wenn nicht, dann müssten wir nochmal genauer hinschauen, wie Mengen kodiert werden und wie die Grammatik kodiert ist und so weiter. Aber polynomiell wäre es trotzdem. Okay, eine kleine Anmerkung. Wir brauchen hier natürlich die Chomsky-Normalform und Sie wissen, die Chomsky-Normalform kann keine Epsilon-Regeln darstellen. Das heißt, wenn die Grammatik eine Epsilon-Regel hatte, selbst nach Epsilon-Regel eliminierung, dann bedeutet das, das Startsymbol kann durch Epsilon ersetzt werden. Das heißt, das leere Wort ist Teil der Sprache. Dann würde die Chomsky-Normalform dieses Wissen vergessen, denn diese Regel lässt sich nicht darstellen. Man müsste sich das dann einfach merken und gesondert testen. Was natürlich sehr einfach ist, wenn Sie einen Algorithmus haben für das Wortproblem, dann wissen Sie, hat die Sprache das leere Wort oder nicht oder Sie können es in der Grammatik nachschauen und dann schauen Sie, ob die Eingabe das leere Wort ist und wenn ja, dann kennen Sie die Antwort schon, wenn nicht, dann wenden Sie den C-Y-K-Algorithmus an. Also dieser eine Sonderfall ändert nichts an der Laufzeit. dieses Algorithmus ist nur eine Kleinigkeit, die man bedenken kann und es lohnt sich nicht, irgendwelche Sonderfälle in den Algorithmus einzubauen für diese eine Ausnahme, die das leere Wort uns da gibt. Okay, damit haben wir es geschafft. Der C-Y-K-Algorithmus ist erklärt. Sie dürfen den jetzt als nächstes üben und werden den hoffentlich auch so relativ leichtgängig finden, wie ich das hier behaupte. Gut, damit sind wir durch diesen Teil des Wortproblems durch. Wir wissen jetzt, wie wir Wortprobleme lösen. Trotzdem fehlt uns noch für kontextfreie Sprachen weiterhin ein Berechnungsmodell. Wir haben noch nicht über Automaten gesprochen. C-Y-K-Algorithmus löst das Problem zwar auch ohne einen Automaten, aber wäre ja interessant, wenn wir noch ein bisschen ein automatenartigeres, maschinenartigeres Modell finden könnten. Und dann stellt sich natürlich auch als nächstes die Frage, gibt es denn noch was außer diese kontextfreien Sprachen? Gibt es auch nicht kontextfreie Sprachen, die man mit Grammatiken darstellen kann? Und wie sehen die eigentlich aus? Das machen wir dann in den nächsten Vorlesungen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Thus notice Das ist die Falle wie die